Hallo meine Damen und Herren, hier ist der Hazard. Und ja, ich spiele für und mit und über Hookpost Games ein bisschen Stone Shard. Ist glaube ich so unser Markenzeichen geworden, Hood. Das Bisschen vor allem. Weil wir spielen alles immer nur ein bisschen. Weil wir einfach viel zu viel Arbeit haben zwischendurch mal. Aber ist egal, lass das mal so hängen, junge Frau. Ja, Stone Shard, geiles Spiel. Hat einen sehr klassischen Eindruck hinterlassen bei mir. Oh, dann machen wir ein Vollbild hier. Zack. Wird euch sicherlich gefallen, glaubt es mir. Wenn es denn dann nochmal auftaucht hier. Ah ja, läuft, läuft. Inkstains Games in dem Fall. Das Anfangsbild ist geil, wirklich geil. Sehr atmosphärisch. Ja bitte. Ja, die sind bei Kickstarter. Genau, hat sich das seit gestern verdoppelt. Seit dem Release, richtig? Ah, sie haben dreimal so viel für das, was sie wollen. Okay, das sind Russen, dann können sie auch ein bisschen auf Wodka ausgehen, geben. Wirklich auch sehr atmosphärisch. Ja, gefällt mir, gefällt mir. So, Settings gibt es ja nicht viele. Englisch, Russisch. Okay. Russisch kann ich noch nicht, deshalb eher Englisch. Und lass uns mal spielen anfangen. Sehr geil, sehr geil. Ah, Hood, dir möchte ich noch kurz was sagen. Wir dürfen nachher nicht vergessen, brennt da nicht auch schon was? Ähm, kurze Unterbrechung, meine Damen und Herren. So, in 10, 20 Minuten, ähm, müssen wir den Halle, den Schalter umkippen. Ja, jetzt noch nicht allerdings, jetzt noch nicht. Okay, okay, Baby? Ja, ich hab, hab das mal eingestellt. Also, draußen brennt nix. So, ich wollte gerade noch sagen, dieser Varin, wirklich, wirklich Varin, äh, gut gesprochen. Ja, atmosphärisch. Und? Ha, 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 ha. Sehr schön, sehr schön, ja. Das ist gut, ja. Hat sich ein Vampir zerklatscht? Ist das nicht nett? Äh, sehr nett. So, gehen wir mal auf das Inventory. Sehr schön. Ich mach mal diese, eure rustligen, äh, Shackles hier entfernen. Sehr schön. Vorhin hab ich sie nämlich auf den Boden geworfen, weil wir im ersten Durchlauf haben. Ich nehm die doch mal mit. So, was haben wir da Schönes? Ah, so bewegt man sich fort. Guck mal, sehr geil. Oh. Okay. Ja, schauen wir uns mal die Leiche an. Immer das Beste. Ah, super geil. Brotlaibe. Nehm ich gleich mal mit. Was stand da noch? Warte mal, haben wir gleich. Bread and butter without the butter. Ha, 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 ha. Okay, das ist gut, das ist gut. Das Wasser. Ah, ja. Mail reduced toxicity. Ah, okay. Vergiftung kann ich da ein bisschen reduzieren. Wusste ich jetzt auch nicht. Ist das? Ah, dreimal kann ich die Lox-Pickel benutzen. Sehr schön. Ja, wir werden es gleich mal ausprobieren. Ah ja, andere Maustaste in dem Fall. Ah, Pic. Sehr schön. Ah, ha, ha. Schon ist das Ding offen. Super. Bin ich wirklich super. Ja. Gehen wir mal raus. Ah, das ist ja nett. Ah, guck mal, da liegt ja jetzt alles hier. Was haben wir denn da Schönes? Ah, ein Oakenshield, Eichenshield. Hat einen Defense, eine Absor... Absorption. Hood, weißt du da schon, was das genau ist? Was tut es denn absorbieren? Wahrscheinlich Schaden. Schätze ich mal. Zusammen mit der Defense. Okay, ja. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Ein Traveler's Blade. Macht fünf Schaden. Heißt das, ist das für eine... Minus eins und dann ist noch irgendein Zeichen, okay. Oh, der Haltbarkeit ist auch nicht die beste. Aber naja, lassen wir mal so hängen. Ich will ja jetzt auch nicht hier auf Groß-Vic-Mecke hier machen. Ah, kann auch aufklatschen. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Da ist ja gar nichts drin. Also, ich habe ja noch zwei Pick-Locks übrig. Dann werde ich eher hier das hier aufgreifen, schätze ich. Ja. So, hier nochmal Rechtsklick. Gucken wir uns mal an. Oh, der hat ja gar nichts. Der dumme Sau. Und ich merke gerade, ich bin immer noch hungrig und durstig. Okay, dem werden wir jetzt Abhilfe verschaffen. Eat. Sehr schön, der Hunger ist weg. Trink. Und durstig ist er auch nicht mehr. Ist doch schön. Apropos durstig. Moment. Hm. Kennt ihr das? Wenn ihr mal so kurz schnieft oder so und bemerkt, eure eigene Nase durch euren Geruchssinn. Und es riecht so ein bisschen nach alter Frau. Oma. So ein bisschen. Kam gerade so rüber. Aber ja, muss ja nichts heißen. So, ah ja, da gucken wir mal an. Machen wir das auch nochmal auf. Ah, erstmal ran und pickeln. Ich hoffe, dass da jetzt in dieser Leiche was drin ist. Ah, super schön. Was ist das? Ein Golden Ring. Ah ja, super geil. Nehmen wir mal gleich rein. Was macht der eigentlich? Ah, ist nur ein Common Ring. Okay. Ja, Spellpower ist ein bisschen nach oben gegangen. Und Mana. Sehr geil. Ja, wir machen mal. Klatschen wir erst mal noch die Fässchen auf hier. Da ist ja gar nichts drin. Das ist ja uncool, glaube ich. Ja. Nee. Wird mir auch nichts angezeigt. Okay. Da oben noch? Da ist nichts. Ja, da hockt auch noch einer. Ja, warte mal. Dann mache ich das mal noch auf, oder? Oh, nee. Keine Pickellöcher mehr. Ach, scheiße. Also keine Piclocks. Scheiße. Ja, das weiß ich für den Fall noch. Hier ein lecker Schlüssel. Den nehmen wir doch glatt mit. Was kann der denn machen? Unlocks one common lock. In dem Fall. Gehen wir nochmal zurück. Schließen das auf. Open mit Key. Ist das geil. Ich bin wirklich auf das Vollprodukt gespannt. Aber es ist ja jetzt schon rein knuffig von der Grafik und von der Funktionalität einfach sensationell geil. Und über... Oh, nee. Da ist auch nichts drin, Not. Diesmal ist da nichts drin. Haben sie jetzt anders gemacht. Krass. Wird doch ordentlich verteilt werden, so der Loot. Sehr nett gemacht. Sehr genannt. Was haben wir denn hier? Schönes. Modes. Und Skip-Turn. Okay, das werden wir nachher wahrscheinlich rausfinden. Wir gehen mal weiter. Ja. Oh. Komme ich jetzt da durch? Da muss ich aufbrechen wahrscheinlich, oder? Ah, ja. Ansonsten hätte ich es echt picken können. Hätte ich mir noch ein paar Dinger übrig gelassen. Ein paar Pick-Locks. Schade. Oh, guck mal, eine Blutspur. Ach, ist das süß. Oh, fuck. Mhm. Ah. Basic Skills Tier 1. Okay. Ui. Was? Jetzt bin ich hier... Jetzt? Ich bin in die Falle reingelaufen, glaube ich. Du hättest, ja. Da war doch ein Ding. Warum lachst du eigentlich? Ja, was? Hier gibt es aber sowas von gar nicht zu lachen. Was? Zurück mal so. Ein Scheiß hat er gespeichert. Renn mal schneller durch. Ja, okay. Dann machen wir so ein bisschen schneller. Ja, und ich habe gedacht, ich kann das untersuchen. So ein bisschen Agathe Christian-mäßig. Ah, ja. Liebe Zuschauer, bei mir ist das immer ein bisschen schwieriger. Ich kann mich auch kaum bewegen hier gerade. Ich muss mich auch von meinen Schekeln befreien. Okay. Ja, es gibt die schneller Variante. Und lach nicht, sonst stecke ich dir mal irgendwas ins Gesicht. Und es ist aus Fleisch. Ja. So, trinken tun wir jetzt auch mal so auf die Schnelle. So wie ich das jeden Donnerstag mache. Schnell trinken. Ja, guck mal. Sehr schön. Haben wir ja jetzt hier. Das nehme ich jetzt mal auf. Komm, nimm auf und mach da kein Thema draus. Das muss ich jetzt aber auch nicht. Dass ich da so in eine fette Falle reinlaufe. Lecker Schwert, wegen sie es noch bekommen. Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen anders vor, muss ich mal sagen. Hier oben ist ja auch noch was. Ja. Jetzt muss ich mir erst mal noch mal alles angucken. Hier ist ja gar nichts drin. Aber nachher ist da doch was drin. Ne, vielleicht doch nicht. Wir gehen aber jetzt mal anders ran. Ich benutze das Picklock jetzt in dem Fall mal. Für die Tür. Weil vorhin habe ich sie ja eingeschlagen. Oh, was habe ich da Feines gefunden? Ist immer wieder anders. Echt? Einen Rotten Fisch ist da. Oh, der kann mich aber vergiften. Ha, ist das cool. Das müssen wir mal ausprobieren. Und ich. Ne, jetzt ohne Scheiß. Ah, hatte ich jetzt fein. Ich siehste, man erlebt es ja doch immer wieder geil. Warte, wo stand das? Older than the Kraken. Oppa. Older than the Discord. Okay. Ich esse das jetzt mal. Obwohl ich es gar nicht brauche. Ne, komm, lass mal noch übrig. Jetzt will ich das mal testen, ob man das auch wirklich picklockeln kann. Ja, mache ich jetzt mal. Ne, ich habe ihn. Ne. Jetzt schon im Anfangslevel hast du, ja, ordentlich Möglichkeiten, finde ich. Ja, jetzt kann ich den Schlüssel hier noch, ja. Obwohl, jetzt habe ich einen Schlüssel wenig. Mein Gott, einmal mit Profis hier. Das ist ja der Hammer. Oh, ne, in der Korps ist auch nichts drin. Ja, so geil. Ja, siehst du, kaum habe ich einen Schluck Bier hinter mir. Schon, äh, ja, hinterlässt das Spauern. An die Tür muss man immer rantreten. Okay, habe ich jetzt gemerkt. Sehr schön. Oh, jetzt ist es nicht mehr der Goldene Ring. Was kann der Silber, ne? Okay. Der tut mich nur vor einem bösen Auge beschützen. Ja, danke schön. Ja, wollte ich gerade sagen, das guckt mich ja da von der Seite an. Ich habe aber noch ein Fischchen gefunden. Sehe ich gerade, Hood. Ah, der ist einfach nur ein roher Fisch. Obwohl, der kann mich auch vergiften, steht da. Aber ich glaube, dass die Grünfischlein, die Rottenfischs, dann doch ein bisschen problematischer sein können. Ja, jetzt komme ich da oben nicht mehr rein. Ist das schade? Ja, ist egal. Meine Damen und Herren. Ja, hier hätte ich auch noch reingehen können. Ich trottel. Aber es war es. Ich habe mal leckere Fischchen mitgenommen. Das reicht doch. Muss doch völlig ausreichend sein. So, jetzt mal gucken hier. Was hat mich jetzt hier kaputt... Oh, mein Gott. Von Laus. Ja. Ja. Da sind gar keine Löcher anwohlen. Ah, angucken. Okay. Eins drücken dann wahrscheinlich. Oh. Oi. Was mache ich denn jetzt? Das damit kann ich... Ja, ich mache nur Rechtsklick drauf. Ja, machen wir Rechtsklick. Das ist ja für mich ganz schwierig. Das Arm. Weißt du, jetzt haut es nicht mehr? Oh. Das ist doch super. Aber das gefällt mir jetzt schon. Muss ich echt sagen. Ja, wirklich gut gemacht. Was habe ich da schon? Das ist ein Zash. Aha. Ah, da kann man den Schwanz... Äh, ein bisschen die Leiste verdecken. Entschuldigung. Äh, ja. Ist ja lecker. Ist ja gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ich würde mal gern zum Spaß jetzt an einem Fisch nuckeln. Trink jetzt noch mal ein bisschen was. An diesem Rotten Fisch. Komm. Ach komm. Meinst du nicht, Hut? Aber ich kann es mit dem Wasser wieder gut machen. Guck. Ähm, Springwater. Ähm, da kann ich die Vergiftung wieder ein bisschen... Obwohl, ja, nee. Geben wir das Risiko mal nicht ein. Mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Ach Gott, ist das geil gemacht. Oh, super. Was ist blind? Ah, Medizin? Das tut eine... Oh, eine Verletzung stabilisieren. Wenn ich das so sagen darf. Oder beheben. Oder... Antidote. Ah, wenn ich mich vergifte. Ja, das probiere ich jetzt aber dann doch wirklich aus. Hutsi. Äther Inhaler. Oh. Ah, da kann ich mir den Schmerz von der Seele saugen. In dem Fall. Was ist das? Aha. Auch wenn ich mich verletzt habe. Okay. Healing Effects. Ah, ja, ja, ja. Gut. Da findet man ja nette Sachen da drin. Ist ja schon mal lecker. Ja. Aber das... Oh. Oh. Okay. Aha. Prudence. Warte mal, was steht jetzt? Ah, was ist jetzt das hier? Das habe ich jetzt nicht... Hier, Prudence. Was ist denn Spru... Prudence. Was ist Prudence? Schon wieder. Wo, wo, wo? Prudence Clearwater. Hier, was ist das? Ja. Die Version. Ah, ist es, weil es jetzt dunkel ist? Könnte sein, ja. Du musst erstmal das, glaube ich, nicht. Okay. Ah, schön. Machen wir gleich mal auf die zweite Waffe. Kann der. Oh, vier Damage. Ja, geht auch so. Einigermaßen. Und zwölf. Oh, sehr schön. Stechele. So, jetzt steht er... Oh. Shoot the belt is... Oh. Ja, aber da würde ich weiter zurückgehen, weil sonst explodiert es. Da hast du vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich Achtsamkeit, Prudence. Aber ich bin, ja, ich kenne ja nur noch Prudence Clearwater in dem Fall. So, ja, schießen wir mal drauf mit dem Fallenbogen. Oh, ist das gut. Ah, da ist der Explosionsradius. Ja, ungefähr, ja. Ah, nett gemacht. Sehr schön. Ah, da war ich doch ein bisschen zu nah. Ja, nee, das gehört dazu, weil du... Ja, glaube ich, glaube ich. Jetzt kommt nämlich was in Stanz. Ah. Ich hab mir den aus der Pfote rausgeschlagen. Ja, ich kann sie jetzt nicht mehr heben. Warum denn das? Weil du gebrochene Sachen hast und du musst sie jetzt... Ah, ich seh's gerade. Hunger bin ich auch noch. Ah, ist das krass. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ah, ich hab ne Hand Injury. Aha. Okay, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen was. Any Injury sogar. Use it. Mal gucken. Aha. Jetzt hat er die Hände schon mal abgebunden, sozusagen. Ah, ein bisschen Pain hab ich auch. Dann kann ich auch diese Spritze hier nehmen. Nee, das war nicht... Was war das hier? Da kann ich auch ein bisschen an der Dampfe schrauben. Ach Gott, echt? Okay. Musste ich die doch mal nehmen. Ah, ich seh schon. Und jetzt kann ich mir den Pain noch von der Seele saugen. Durch diesen Inhaler. Sehr scheiß geil. Use. Bang! Absolut legal. Sehr geil. Ja, das ist ja cool, okay. Wurde ich vergiftet? Ah! Mein Gott, da muss man erst mal drauf kommen. Das sind ja die ersten Schritte, die ich hier in dem Spiel war. Krasse Geschichte. Use. Das ist ja die erste Schritte, die ich hier in dem Spiel war. Ahaha! Mhm, mhm. Gefällt mir schon sehr, muss ich sagen, ja. Was man da alles vor allem auch beachten muss. Krasse Geschichte. Ich muss es mal sortieren hier. Ist ja nicht mehr hier so der klassische Stil von morgen. Machen wir das mal zusammen hier. Den Inhaler mache ich mal da drüben hin. Alles, was fressbar ist, mache ich auf die linke Seite. Und was nicht benutzbar ist, mache ich mal da hin. Was ist das nochmal? Ah, auch Healing-Effekts. Sehr schön. Benutze ich. Sind die Punkte wahrscheinlich, äh, die, ähm, ich habe noch zwei Uses davon. Doch, da steht's. Da steht's sogar. Zwei von drei, ja. Sieht man an den Punkten. Sehr fett gemacht. Sehr fett gemacht. Muss ich echt zugeben. So. Meinst du, ist wieder eine Falle? Kann ich da immer, äh, mal wieder gucken? Okay. Oh, 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 oh. Guck mal! Ein Vampir! Oh, nee. Das ist ja jetzt schon schwierig für mich. Nee, nee, das ist jetzt Turn-based schon. Ja, okay. Das heißt, sobald du jetzt immer einen Schritt machst, hat er einen Schritt. Ah. Das ist keine Echtzeit. Das ist keine Echtzeit. Zum Glück, okay. Also das heißt... Aber ich kann sogar resten jetzt gerade, steht da. Open to rest. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr resten, richtig? Meinst du, er hat mich schon gesehen? Ja, weiß ich. Gehen wir zurück. Ah, nee, jetzt hat mich noch nicht gesehen. Ah, er hat noch ein bisschen was mitbekommen. Dann werde ich mal kurz noch etwas resten hier. Pain Resistance, Restore Health and Mana Regeneration. Und was ist das? Ah, der Stelltmod gibt es ja auch. Oh, sicher. Super. Okay. Ah, der Typ kommt ja echt schon an. Ja, ja, ja. Okay, was mache ich denn jetzt, Schönes? Du kannst jetzt entweder über Ski oder über Hacksen. Kann ich noch in mein Inventor? Komm ich jetzt nicht. Nee. Nee, komm ich nicht mehr rein. Ah, guck mal. Ja, das ist ja der Weg. Ah, okay. Dann muss ich ihn so runterklatschen. Kann das sein? Ja, das ist ja. Kann ich jetzt langsam hinlaufen oder kann ich ihn schon gleich angreifen? Dann lauf er gleich hin. Ja. Klatscht einmal. Ah, ja, ja, ja. Okay, er ist dann auch am Zug. So, abwechselnd. Okay. Genau, du kannst jetzt trotzdem noch Inventory. Aber wird es nichts bringen, weil ich habe ja mit dem Schwert mehr Schaden am Start. Aber zählt Inventory gehen auch schon als Ein-Eck? Nee, nee, nee. Ah, ja, ja, ein Turn. Okay, dann... Guck dir mal diese Flasche an. Das ist geil, diese Flasche. Okay, ich liebe es. Ich liebe es, meine Damen und Herren. Ey, ohne Scheiß. Also, oah. Inventory kann ich auch mit Märchen kommen. Kann ich auch Space... Ah, Spacey's Turn überspringen. Okay. Ach Gott, okay. Also, das ist einfach. Keine ist zu ein bisschen. Nicht nur, aber einfach, aber auch anspruchsvoll, muss ich sagen. Ich meine, guck mal, da habe ich mir fast die Pfoten abgebrochen. Dann musste ich mich ja erst mal heilen. Ja. Dann habe ich was gegen die Schmerzen genommen, wurde dadurch vergiftet und musste dann was gegen das Gift nehmen. Okay, beim Bier ist es was anderes. Das reicht ja für Heilung, auch gegen die Schmerzen. Und es ist anti-giftig, wollte ich schon sagen. Antitoxikativ. Richtig. So. Aber ich merke schon, das gibt viele lange Nächte. Mein Gott, es ist jetzt schon ein sehr krasses, geiles Spiel. Und ich tue jetzt mal versuchen, den Rest-Mode einzubringen. Ja, es funktioniert, Hut! Der Rest-Mode geht. Ich probiere jetzt auch gleichzeitig nochmal den Stealth-Mode. Dann kriegt man, ah, kritischen Damage mehr und hat auch eine kritische Chance, ganz klar. Und ist natürlich Stealth, ganz klar! Geht das jetzt auch? Geht das jetzt auch? Ist der jetzt drinne? Müsste eigentlich drin sein. Jetzt ist er draußen, jetzt ist er drin. Nee, nee, es müsste funktionieren. Ist wahrscheinlich die Animation noch nicht da. Ist ja alles noch nicht in Tüchern der Trockenen. Die Alpha-Versionen waren auch mal anders früher, muss man sagen. Ja. Kann ich jetzt zum Beispiel auch die Tür angucken? Nee, nicht, okay. Kann man nur so checken, alles klar. So, Stealth-Modus bleibe ich jetzt mal drinne, weil ich kann nicht mit ausschalten und einschalten. Sehr gut. Ich lasse mal offen. So. Was haben wir denn da für eine Ritter der Tafelrunde-Geschicht? Oh, super! Ein Diary habe ich gefunden. Ja, nehm mal mit, klar. Es ist ja nützlich, meistens. Bisschen Koks. Auch nicht schlecht. Alles im Cupboard. Drinnen. Das große Buch der Salamander. Ach Gott. Ah, Pyromancy. Sehr schön. Ah, das ist ja nett. Da kann ich ja bald hier Feuerwälde pupen. Sehr schön. Das will ich jetzt mal gucken, ob ich das auch gleich machen kann. Read. Ah, ha, ha! Okay. Ja, wir haben Zeit, meine Damen und Herren. Jetzt wird gelesen. Ja, klar finde ich eine sichere Location für sowas. Ah, bis 10 zählen, okay. Haha! Die erste Feuerwälde! Ja! Das will ich doch! Okay, gelesen habe ich es jetzt. Achso, kann ich es dann auch wahrscheinlich ausführen irgendwie? Ah, ja, ja, oben steht ja alles. Hutter, hast du recht. Aber ich frage dich doch dann dich lieber. Echt nicht? Okay, ich sehe es nämlich gerade. Hier ist... Ah, guck dir das mal an. Da, schau mal, diese aktiven und passiven Fähigkeiten. Mit Äxten, mit Knüppeln, mit Dagger, äh, Dagger, soll ich schon sagen, äh, Schwertern. Äh, Mini-Schwertern. Wie heißen die? Mercedes-Messer, diese kleinen. Ja, Bogen, Schiller, alles klar, okay. Klass-Skills, Armour, Duel, ah, zweifach, oh, Sabotage. Oh, Jesus, Gott. Ah, die Basic-Skills habe ich ja sogar schon. Ist ja, ähm, mich umgucken. Und das andere ist, oh, Sudden-Attacks. Habe ich jetzt noch gar nicht hier drin. Kann ich das nach unten ziehen? Ah, ne, ist passiv, Entschuldigung. Oh, hat sich erledigt, hat sich erledigt. Sonst habe ich, glaube ich, nichts. Ähm, noch nichts. Beigeschalten. Aber es ist halt auch sehr, sehr, sehr geil und übersichtlich. Oh, guck mal das. Achso, du hast jetzt... Ja, ne? Supergeil. Ich kann mich einen verteilen jetzt. Du kannst jetzt einen Punkt verteilen. Ah, entweder passiv oder aktiv. Ne, das ist einer, das ist ein. Ah, kriege ich beides, okay. Oh, super. Weil ich glaube, mehr ging, glaube ich, auch gar nicht auszuwählen. Ich könnte noch... Ne, geht nicht, okay. Elektronisch auch noch. Oh, ja, supergeil. Ich bin ja sowieso der Techniker-Typ. So. Confirm. Dankeschön. Oh, ist das schön. So. Ah, sechs Fire-Damage. Okay. Jetzt kann ich es wirklich noch unten ziehen. Ah, ist das gut. Das üben wir jetzt wirklich. Ja, seh... Samenbank.de. Äh, Salamander. So, äh, ja, ich hab grad was auf... Bin ich sowieso. Ich bin ja der totale Turn-Based-Fan. Äh, seit, ähm, Divine Divinity Original-Syn... Sim? Ja. Äh, ich... Ah, das Spiel... Ey, oh, Scheiße. Das läuft. Das läuft. Und es ist wunderbar. Ich guck jetzt grad nochmal die Waffen an. Ja, gefällt mir. Ja, gefällt mir. Ähm, wie soll ich sagen? Schießschätze hab ich noch. Elf, äh, Pfeile. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Oh, ein Vampir. Jetzt mal gucken. Ich glaub, der wird sich freuen über diesen Feuerball. Meint der nicht auch? Oh, da brauch ich ein bisschen... Okay. Da muss ich ein bisschen näher. Oh, das sind sogar zwei. Zwei, oh, der Feuerball. Ah, ah, der geht ja gar nicht so weit. Hast du den schon mal ausprobiert? Okay. Okay, macht ja nix. Äh, für das bin ich ja da. Haha. Ah, jetzt haben sie mich erkannt. Das sieht man ja dann doch. So, jetzt. Jetzt kommt. Oh, der Spaß. Noch nicht. Ich würde sonst nur einen treffen. Ich geh doch einmal dran. Ich werd wahrscheinlich getroffen. Aber den Spaß, äh, lass ich mir nicht nehmen. Haha. Guck dir mal die Typen an. Hahaha. Oh. Ja, jetzt greifen gut an. Die sind nett drauf. Oh. Oh, fuck. Okay. Ja, aber das hätte ja auch, äh... Oh. Ah, das Waffenwechsel zählt als Einschritt. Hab ich mir fast gedacht. Okay, aber, ähm, ja. Dann, ähm, kriegt er jetzt mal was im Glock. Oh. Oh. Wow. Ähm, hab ich eigentlich noch so aus wie eine Lebenspotion? Nicht wahrscheinlich, ne? Dann nehm ich jetzt nochmal diese Flammenhexe, würde ich mal sagen. Vielleicht funktioniert's. Ja! Haha. Sehr schön. Ähm, wem das nicht Spaß macht, der gehört eigentlich schon in Schlag. Also echt. Monastic Book, okay. Ah, kann ich das auch lesen? Ah, das lese ich ja sehr gerne. Oh. Das ist aber eine sehr harte Lektüre, sehe ich da gerade. Viele verstorben, viele, ähm, krank, aber ein paar sind auch noch, äh, healthy geblieben. Ja, bis zu 35 Stück, wenn ich das sehe. Oh mein Gott. Ja, krass. Hm. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, ja. Gefällt mir. So, jetzt guck ich mir mal noch ein bisschen hier um. Von allem immer noch ein bisschen bei uns. Ah, da geht's ja noch unten. Kann das sein, Hot? Ja, ich glaub ja. Aber es geht ja noch in die andere Richtung. Ich guck mir das jetzt erstmal nochmal an. Ich mach jetzt auch nochmal einen Rest-Mode rein, damit ich, äh, ja, wieder Leben tanken darf. Ähm, absolut mein Tipp. Das Spiel ist gigantisch gut, wirklich. Ah. Wird er dann noch geheilt, Hot? Das muss ich fragen. Weil da oben ist immer noch so ein Pluszeichen. Dann ist die Heilung immer noch aktiv, oder? Oder heilt das noch aus gerade? Kann das sein? Ja. Deshalb hatte ich auch, ähm, eine schlechtere Blockchance. Deshalb haben die mich auch, äh, besser getroffen. Äh, direkt in die Fresse. Ja. Ich glaub, es wird noch geheilt, weil das hat ja das Plus ausgemacht oben. Wobei, ich hab Optimismus jetzt als, äh, Statusobjekt, wollt ich schon sagen. Äh, sieht einmal schlecht aus. Da geht ja das Bonus-Experience hoch, seh ich grad, ähm. Auch die Lebenskraft, die Willenskraft, die ich im echten Leben, äh, schon verloren hab. Sehr geil, sehr geil. Ich mach jetzt mal den Stealth-Mode rein. Guckt mich hier mal rum. Ah, nee, geht ja wirklich nicht weiter. Sehr schön. Okay. Hat sich das erledigt. Wenn ich jetzt nicht noch in die, äh, Falle reinlaufe. Hahaha. Sehr schön, sehr schön, ja. Nee, gehen wir mal hier lang. Ich jetzt mal da unten um. Ich glaub, das wird absolut mein Spiel, meine Damen und Herren. Wirklich. Oh. Wunderbarer Sprecher. Gefällt mir. Ja. Bin ich denn durstig? Nee, nicht. Äh, ja, okay. Aha. Ah, wieder ein paar schöne Rollen. Identifikationsrollen hab ich bekommen, Hood. Ah, ist das schön. Nett. Hier. Ah ja, dieser Prolog. Das hat mein Hood gerade gezwitschert, falls ihr das, äh, auch gehört habt. Das ist ja noch frei erhältlich. Wie, wie, wie geil. Ja, ist eine Einführung, klar. Das, äh, ist auch nett. Wirklich gut. Und, ah, ich seh gerade. Ich komm hier gar nicht mehr weiter. Kann das sein? Mein Name und Herren. Ah doch. Oh, die Ancient Catacombs. Sehr schön, sehr schön. Ah. Was? Jetzt schieße ich mal auf dieses Pulverfass da hinten. Aber nicht, dass ich mir da wieder, ähm, das Gesicht wegklatsche. Oder die Hand breche in dem Fall. Aber wir probieren es trotzdem mal. Jetzt aber weg. Pass auf. Oh. Ja, diesmal ist mir nichts passiert. Hier ist schön Geld rausgeschossen. Ah, ah, ah. Sehr geil. Ja, mitnehmen, meine junge Frau. Nee, nicht droppen. Kann ich das auch so anklicken? Okay. Nee. Ja, stapeln wir das Ganze. Sehr geil. Haben wir denn da drin? Ah, ich kann draufschießen oder auch so öffnen wahrscheinlich. Oder, ähm, ja, nee. Nehme ich mal lieber das Schwert. Ich habe aber nie so viele, ähm. Oh. Da kommt ja eine Ratte an. Die habe ich erst jetzt gesehen. Diese blödsinnige kleine Ratte. Ja, mal draufschießen. Ah, ist ausgewichen. Ja, dann kriegt sie sowas ab. Ah, richtig schöner Feuerball. Bang. Ha, 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 alter gut. Ja, gefällt mir wirklich. Ein Hammer. Erlebnis. Nicht daneben drücken, weil das wäre natürlich unpraktisch. So, was haben wir denn da ein Leckeres gefunden? Oh, ein supergeiler Bogen. Was macht der mehr Schaden? Fünf Schaden macht der schon mal mehr? Ist das sowas auch wie ein Vergleich dabei? Noch nicht. Macht auch nichts. So. Ne, mir sieht natürlich auch viel besser aus. Kann ich mit dem noch machen? Ah, droppen kann ich ihn auch. Nett. Ist das? Oh, Stardust. Oh, oh, oh. Das ist wirklich eine Droge. Sternstaub. Aha. Ja, unwirkliches Oilman. Kann ich das stapeln? Ne, geht nicht. Alles klar. Ich habe ja noch ein paar Ladungen. Ja, hört sich gut an. Mein Gott. Wie viele Pfeile habe ich noch? Sieben. Soll ich deswegen hier draufschießen? Ne, ich glaube nicht. Das wäre sinnlos. Jetzt mal nach unten. Gucken, was da zu finden ist. Was ist denn das eigentlich? Ergänzte Odds? Oh, okay. Ah, das hätte ich ja vorher nehmen können. Mein Gott, Hot. Hier, gucke mal. Da gehe ich dann wirklich nicht kaputt. Ah, lecker. Ja. Oh, scheiße. Kleine Filet noch mal aus. Aber sowas von am Start gerade? Jetzt ist sie ausgewichen. Das dumme Zier. Haha, ist das gut. Okay. Ah, ne, 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 ne. Komm. Waffenwechsel rein. Ja, machen wir die Dinger mal auf hier. Ah, da liegt ja wieder. Der Scheinheitlich-Geist, äh, Zeug liegt da wieder rum. Da oben noch. Lecker. Ah, da kann ich mich sehr schön verbinden mit. Wunderbar, wunderbar. Ah, im Toolshelf war nix. Okay. Aha, aha. Guckt euch das an. Muss mal nach unten laufen. Äh, ich hätte mich ja auch mal anschleichen können, ich Idiot. Oh. Er sieht mich nicht. Geh ich mal hinter ihn. Ich hoffe, das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Der Tatterkreis kommt in mir hoch. Ja, ein 8er Schaden. Weil ich, äh, mich da so schön angeschlichen hab. Finde ich wirklich sehr nett. Sehr gut gemacht. Kratsch. Ha, ha, ha. Oh, aufpassen. Er kann gut aus, äh, weichen. Dann kriegt er halt, äh, sowas ab. Ha, ha, ha. You deserve it. Sehr schön. Sehr schön. Ah, ist das herrlich gut. Ist das nicht schlecht? Äh, ist das, äh, also, ist, dann, als Frage, ist das nicht, ähm, sehr gut? Das? Oh, Toolkit. Ei, 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 ei. Hm. Ach Gott, ja, Hood, das ist ja krass. Das, was, äh, ich wollte schon sagen, hier, äh, so ein Chirurgen, äh, Toolkit vom Chirurgen. Da kannst du tatsächlich, äh, die ganz krassen Wunden, ähm, äh, unterbinden. Wenn du es aber falsch machst, wird die, die Verletzung noch schlimmer. Es kommt halt auf dein, ähm, Medizinskill an, ja. Ey, ist das gut. Ist das gut, muss ich sagen. Wirklich. Also, meine Damen und Herren, also, ja. Ich glaube, ich muss mal kurz auf Kickstarter vorbeischauen. Obwohl, ähm, das, ähm, Konto das noch nicht zulässt. Aber mal gucken, äh, wie sich noch der, äh, die nächsten Monate entwickeln. Nee, schon wieder Kreditkatze. Oh, was ist das für eine Katze? Oh, nee, nervt schon. Ja, hm. Ist das Kickstarter richtig? Ja, haben die mal, äh, die hätten auch mal lernen dürfen. So ein bisschen, ich mein, was, was wird da auf Paypal reinkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Aber egal. Muss ja trotzdem funktioniert haben. Äh, weil, äh, ich bin übrigens immer noch im Stealth-Mode, oder? Nee. Hab schon gedacht, weil es gab grad so einen kritischen Schaden. Das auch sehr schön angezeigt wird. Gucken, was da oben... Oh, oh, oh. Ich schieß da mal rein. Nicht, dass da einer, ähm, hockt. Wobei ich erst gucken muss, wie... Oh, ich hab nur noch drei Pfeile. Vergiss es. Da wird die, äh, Fledermaus mal, äh, ganz klassisch angegriffen. Ja, sie kommt auch schon. Der Waffen... Äh, wie der Hood gesagt hat, der Waffenwechsel war dann doch gefährlich. Äh, äh, oh. Jetzt könnte ich die an... Äh, 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 meinst du, Hood, dass der Explosionsradius von, äh, diesem, ähm, Fässchen, wenn ich Dings einsetze, zu krass wird? Was? Obwohl ich hinter der Mauer stehe. Ich, ich muss es mal ausprobieren, meine Damen und Herren. Ich muss es mal ausprobieren. Oh. Äh, 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 Wobei, der Radius, äh, Radius war schon gefährlich. Da muss ich wirklich achtsam jetzt sein. Also, äh, da darf ich nicht so rumspinnen anfangen. Hahaha, ist das gut. Ist das gut, liebe Russen. Äh, muss ich echt sagen. Ihr habt da was sehr Geniales gemacht. Äh, wird mein neues Lieblingsspiel. Und ich glaube, äh, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie der, äh, Protagonist von Dingsroms hier. Äh, Lisa. Hahaha, das ist er doch. Oder, Hood? Sehr schön. Äh, hört es sich. Es fühlt sich zumindest an. Ja. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ja, kann man doch lang. Habe ich vorhin verpeilt. Die Tür war sogar offen. Ja, guckt euch das an. Wenn das nicht Spaß macht, warum denn, äh, warum bin ich da noch da? Haha, was ist da los? Nee, es ist wirklich, äh, Hammer. Was ich da auch aufgenommen habe wieder. Okay. Die Identifikationsrollen. Kann ich die eigentlich benutzen? Aber für was? Ah, da muss ich mir was raussuchen. Klar. Okay, der Klassiker. Ah, vom, vom Straßenrand. Richtig. So. Das Ding habe ich auch schon gelesen. Ich will jetzt mal... Oh, ich habe ja auch schon Hunger. Hood? Ich tue mich mal leicht vergiften mit einem, äh, Rottenfisch. Haha. Nee, lieber nicht. Nee. So risikogeil bin ich ja noch nicht. Ja, supergeil. Ja. Da oben kam er ja her. Ich habe auch schon wieder Hunger und Durst. Das gibt es doch nicht. Okay, ich probiere es trotzdem jetzt mal. Pass mal auf. Ich wurde echt vergiftet, Hund. Scheiße. Mit diesem Drecksfisch. Und der Hunger ist auch noch geblieben. Ah, nee. Da unfair. Ja. Wisst ihr was? Dann nehme ich tatsächlich mal... Wo habe ich sie denn? Oh, die Spritze habe ich ja schon genommen. Ich Idiot. Ähm, ähm, dann wird es lustig. Dann trinke ich mal was. Es könnte sein, dass mir dann die Vergiftung etwas abgemildert wird. Pass mal auf. Ja, tatsächlich. Jeder Schluck Wasser, Hood. Tut die Vergiftung um einen Punkt heilen. Ah, echt? Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wirklich sehr nett. Sehr nett. Bin leicht vergiftet. Und richtig vergiftet. Also beide Fälle sind eingetreten. Haha. Sehr geil. Ah, die Vergiftung hält dann wirklich nur, ähm, sprunghaft an. Ist schon wieder fast weg. Diese milde Vergiftung ist zwar noch da. Oh, die macht mir aber die Stärke kaputt. Äh, dann will ich das nochmal probieren hier mit dem Schlückchen Wasser. Ah, die geht aber dann nicht weg dadurch. Okay. Ich bleib dann tatsächlich mild vergiftet. Oh, ju, 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 ju. Ja, hätte ich mir aber was Besseres überlegen sollen. Ich, äh, ich... Tarzan für Arme. Ja. Die bleibt dran. Ah, das ist so ein kleiner milder Schaden, der ja immer noch stehen bleibt. Oh. Okay. Habe ich denn irgendwas dafür? Ja, nee, das ist wirklich nichts gegen, ähm, ist nur gegen, äh, Dingsbums hier. Wie heißt das denn? Light, wollte ich schon sagen. Light, Light, Light. Ja, was ist das? Rotten Pier. Nee, das will ich alles nicht fressen. Dankeschön. Bin ich mild vergiftet und renne hier weiter rum. Das ist doch Kacke hier. Ja, wir schauen jetzt erstmal hier rum. Ah, wieder ein Flesermäuselein. Supergeil, ja. Da gehe ich jetzt mal direkt dran. Kriege ich jetzt auch noch Fett? Abgegrillt. Wenn es sein muss. Und kriege noch ein paar Schläge ab. Oh. Das blöde Tier. Habt ihr das gesehen? Sehr nett. Ah, da ist was Leckeres. Das Schönes. Ah, Fleischeli. Kann ich die stapeln? Obwohl, ich kann es ja auch essen, wenn ich mal Lust habe. Ah, die milde Vergiftung ist schon wieder weg. Sehr schön. Gefällt mir. Ah, ist gelockt. Open mit Key, ja. Oder ich kann es aufbrechen. Aber Hood, weißt du das zufällig, wenn man das aufbricht, ob dann was kaputt geht? Dann nehme ich lieber den Key. Ha, ha, ha. Was ist das? Eine unidentifizierte Potion. Ah, Dankeschön. Kann ich zum ersten Mal diese Identifikationsrolle benarzen? Ey, das ist ein Hammer. Mein Inventar ist jetzt schon Vollhut. Also, es ist krass. Hier. Poison of the Stone Skin. Äh, was mache ich damit? Ah, ich kriege Steinhaul. Oh, supergeil. Ha, 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 ha. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt, dass das Spiel arschgeil wird. Oh. Hätte ich das doch lieber für die Tür benutzt. Ha, ha, ha. Ich kann es nicht aufschlagen. Doch, ich kriege es auf. Aber mein Leben ist runtergegangen. Äh, ist aber auch mal eine Möglichkeit. Krass. Ja, jetzt gehe ich mal nochmal in diesen Heilungsmodus. Ha, ha, super schön gemacht. Da haben sich die Leute aber wirklich was dabei gedacht. Muss ich wirklich zugeben. Das tut alles für einen, was einem Spaß macht. Guck mal den Hexenmeister dahinten an. Ist das nicht was Dummes? Äh, was Doofes, was da hinten rumsteht. Ich versuche ihn jetzt nochmal so anzugreifen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Er sieht mich wirklich nicht. Der Stealth-Mode, äh, funktioniert. Jetzt mal einen kritischen Schaden. Komm, bitte, Baby. Nein! Er hat sich dann doch ein bisschen dücken können. Ha, ha, ha. Dodgen können. Ja, ausweichen in dem Fall. Entschuldigung. Der ist weg. Aber er ist ja sowas von weg. Wunderbar. So, jetzt nochmal alles aufklatschen. Ne, die Tür wollte ich jetzt noch nicht aufmachen. Was haben wir da Schönes? Ach, guck an. Wieder so ein Crack-Pfeifchen. Ah, ne. Ist das geil. Und wieder irgendwas Verrottetes. Das ist ja klasse. Cheese. Macht der Cheese? Perfect part of a complete breakfast. Stimmt. Allerdings, ja. Als Käsefressfigur muss das wissen. Und ich gehe jetzt mal weiter hier. Oh, ist auch lockt. Okay. Das tun wir natürlich einbrechen. Jetzt habe ich mir die Hand gebrochen, Hut. Beim Türeinschlagen. Ich Idiot. Ha, ha, ha. Da hilft jetzt. Ähm. Ich könnte jetzt wirklich mal das Surgents Toolkit benutzen. Also, äh, das Chirurgenteil. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Ich probiere es jetzt einfach. Ah! Ich habe mir die halt noch schlimmer, äh, verunedelt, ja. Jetzt kann ich nicht mal mehr, äh, hier Dingsbums, äh, heben. Mein, äh, Shield. Oh, ne. Äh, ich bin doch, äh, von der Trotteligkeit her, äh, sehr, 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 äh, benachteiligt. Mein Gott, was ist da los? Increases Pain Overtime. Oh, can't equip gear. Äh, das ist ja scheiße. Jetzt will ich mal diese Salve hier probieren. Was auch immer das ist. Ich benutze es jetzt mal einfach. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Aber nicht wirklich. Und ich habe zwei davon. Oh, es geht nicht wirklich. Äh. Ah, doch. Jetzt heilt es ab. Es heilt langsam ab zumindest. Okay, dafür musste ich die ganze Dose drauf, äh, knallen. Ich wollte das andere Zeug nicht benutzen, weil, äh, hier, guck mal. Die Teile, ähm, das Splint. Werde ich, äh, ist, ist, glaube ich, eine Schiene. Ja. Benutze ich jetzt nicht. Sehr geil. Ja, den nehmen wir mal wieder mit. Kann ich zumindest das benutzen. Was ist da oben jetzt? Heroismus? Oh, sehr geil. Heldentum. Spellforce ist richtig hochgegangen jetzt so durch. Sehr geil. Und das tut sich, ja, ähm, wie soll ich sagen, wieder zurückbilden. Ich kann bald meinen Arm wieder vollends benutzen. Aber ich schlag jetzt trotzdem nochmal hier auf die Tür. Obwohl, vielleicht kann ich sie ja aufbrennen. Pass mal auf. Ach, nee, das geht nicht. Scheiße. Ach, schade. Ja, ich probier's trotzdem nochmal. Ach, nee, schade. Okay. Wir probieren die Tür nochmal aufzubrechen. Das hat sich schlecht auf meine Hand ausgewirkt. Pass mal auf. Ich brech mir die Hand jetzt nochmal. Hahaha. Wahrscheinlich. Ich schlag mit dem Schwert drauf, tatsächlich. Ja. Ich könnte natürlich auch probieren, äh, mit dem Pfeil drauf zu schießen. Aber ich glaub, das ist nix. Nee, geht nicht in dem Fall. Er macht das nicht auf. Ich hab's ja aufbekommen, so. Und ich hab's zum Glück nicht weiter verletzt. Das find ich sehr gut. Find ich sehr gut, ja. Ich schleich mich jetzt allerdings wieder. So zur Sicherheit. Ach, guck an. Ach, guck an. Dann machen wir das einfach mal kaputt, äh, vor uns. Das ist superschön. Auf. Latsch, auf. Nein. Ah, das war nur ein kritischer Schaden. Keine Angst. Hahaha. Ja. Und oben ist Maus und Fledermaus zu sehen. Bin ich eigentlich noch im Stealth-Mode? Ja. Das heißt, ich könnte beide, äh, zumindest, ähm, ja, mit Pfeil und Bogen mal angreifen. Ich hab ja nur noch drei Schuss. Hahaha. Ich mach die Fledermaus mal weg. Ja. Sehr schön. Das war ein sehr guter, kritischer Schuss. Die Ratte weiß jetzt nicht, äh, was los ist. Ich bin ja immer noch im, äh, Stealth-Mode. Nee. Leider nicht mehr. Wohl, es geht auch nicht mehr. Seh ich gerade. Ja, sie hat mich entdeckt. Dann ist das Stealth-Modus nicht mehr auswählbar. Ja. Dann komm du nur her. Du, äh, blöde Sau. Ich hab nichts, was mein Mana, äh, wieder, ähm, dazu fügt, äh, hinzufügt, oder? Oh, nee! Okay. Scheiße. Das sind auch ein bisschen mehr Tierchen am Start. Da schieß ich erst mal noch auf die Ratte. Och, fuck. Okay. Greift mich jetzt wie so gleich an. Das blöde Tier. Hätte ich den Mana doch ein bisschen besser eingesetzt. Ich Arsch. Ja. Die Ratte ist kaputt. Ja. Schön abgeblockt. Dankeschön, liebes Schild. Splendid, sagt er. Wunderbar, wunderbar. Es läuft, sag ich euch. Es läuft. Oh, ist schon wieder gelockt. Ich hab mir, äh, ja, ist gut verheilt, glaub ich, äh, die Hand. Dann kann ich das auch gerne aufklatschen. So, jetzt gehen wir erst mal wieder in Stealth-Mode. Ähm, ja, ich könnte mich auch noch ein bisschen resten. Ja, und back to the Stealth. Ja. Ah, sehr schön. Oh, kommt schon die Fledermaus wieder an. Gedackelt. Soll sie nur kommen. Ich schlag derweil noch ein bisschen was auf. Hat geklappt. Sehr schön. Haben wir da? Ah, ein Key. Wunderbar, wunderbar. Kann man immer gebrauchen. Das? Oh. Wieder was Verrottetes. Ach Gott, was kann ich mit dem Zeug überhaupt machen? Yummy, if you love Worms. Hahaha. Ne, weißt du was? Lass dich jetzt mal liegen. Ich brauch den Platz noch irgendwann. Sehr geil. Oh. Das hört sich aber jetzt hier knusprig an. Pass mal auf. Gucken, ob da noch Feinde im Raum sind. Ne. Oh, dann leider nicht. Dann klatsche ich da nicht drauf. Ja, mal gucken, was da noch zu sehen ist. Ne, da ist doch nichts. Okay. Wir sollten aber uns wieder schleichen. Oh, ne. Okay, Fledermaus hat mich schon entdeckt. Die Mana ist jetzt auch höher gegangen. Ich denke, das kam durch das Resten. Sehr geil. Resting. Forever. Green. Ja. Fledermaus mag Licht. Vor allem Feuer. Ja, haha. Da ist mir auch ein Stück Fleisch gerade zugeflogen. Fledermausfleisch. Das beste Fleisch, was ihr je gemacht. Ah, sehr schön, Rott. Wirklich. Oh. Da ist, glaube ich, auch schon jemand unterwegs. Der hat mich, äh, detektet. Ich versuche jetzt gerade zu schleichen, damit er vielleicht nicht durch die Tür kommt. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Die Tür ist, glaube ich, schon aufgegangen. Ne Bandage habe ich bekommen. Ah, falls ich blute. Also, der Prolog macht einen sehr geilen Umus vom fertigen Spiel, muss ich echt schon sagen. Mein Inventar ist jetzt schon voll. Also, klasse gemacht. Wirklich, Jungs. Ähm. Und Mädels, ganz klar. Ich glaube, es ist sowieso Mädels meistens. Och, guck an. Da ist schon wieder Fledermaus. Hat die mich jetzt detektet? Wahrscheinlich. Sollte sie nur kommen. Weil, ich würde sie auch gerne anzünden. Jetzt wollte ich gerade sagen. Pass auf. Das mache ich jetzt klassisch, äh, mit der Taktik. Und ich verschwinde. Ha, ha, ha. Oh. Ist die nicht ein bisschen draufgegangen? Schade. Eigentlich nicht. Ich benutze jetzt nochmal den letzten. Ne, ich habe auch keine Pfeile mehr. Scheiße. Äh, schlecht gelaufen. Aber egal. Drauf mit. Ja. Tot ist das Tier. War ein Jungtier. Deshalb stirbt schneller. Da unten nix. Da oben. Ah, Geld. Immer sehr schön, äh. Sehr, immer, äh. Sehr angebracht, würde ich sagen. Was ist das? Oh. Wieder ein Schlüssel. Jetzt habe ich schon zwei Schlüssel. Brauche ich mir zumindest mal nicht die Knochen brechen wieder. Sehr schön. Wir gehen mal wieder auf Stealth zurück. Ach, guck an. Da war ich ja schon. Oh. Ja, da kann ich jetzt mal aber, äh, den Schlüssel benutzen. Ich will mir nicht die Haxen abbrechen. Essen gibt es jetzt auch. Ich will nämlich einen leckeren Käse essen. Hier. Eat. Ja. Hat schon gepasst. Super geil aufgegangen in dem Fall. Hier war ich schon. Krass, krass, krass. Okay. Ja, 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 ja. Sehr schön. Da habe ich Geld vergessen. Ist das nicht nett? Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal alles. Tue ich hier. Nicht, dass wir das, äh, was verpasst haben, ja. Da oben vielleicht, ja. Nicht, glaube ich, noch eine... Oh, nicht da draufschlagen. Mein Gott, ja, siehste. Wenn man sich da mal so ein bisschen schneller bewegt, kann es nach hinten losgehen. Hui, hui, hui. Hahaha. Was ist das? Ach, ist das schön. Ne, ist wieder so ein Stardust. Was, das soll ich mal benutzen? Was ist denn das? Nochmal, lass mich nochmal gucken hier. Ah, falls ich mich leicht verletzt habe, ist das was Feines. Ja, gegen Geschmerzen. Nö, wir saugen jetzt nochmal ein bisschen was aus dem Wassersack. Hat nämlich Durst bekommen. So wie ich jetzt gerade im Moment. Jetzt nehme ich den dreckigen Apfel doch nur wieder auf. Oh, Hut, du hast nicht zufällig die Fähigkeit erworben, mir etwas leckeres Getränk zu bringen? Ja. Das wäre nett, weil, ähm, es ist gerade so geil. Und ich möchte die Leute hier ungern, äh, wie soll ich sagen, erschrecken, indem ich nicht mehr da bin. Nicht mehr auftauche. Ja. Meine Stimme ist alles. Ist es mein Kapital. Hahaha. Ist das ekelhaft. Zum Kotzen. So, was ist das für ein Fliegenhaini hier? Let go mio, ja. Du kriegst die Tür nicht mehr hier, Schloss. Den habe ich vorhin eigentlich liegen lassen. Weißt du was? Den nehme ich noch mit, weil ich will das Inventory voll sehen. So wie mich, äh, morgen Abend. Äh, nein, ich hätte fast schon wieder auf die Dinger, äh, gekloppt. Aufgepasst, aufgepasst, junge Frau. So. Ah, hier war ich ja überall schon. Gibt es sowas wie eine Map hier eigentlich, Hut? Ah, weißt du nicht, okay. Noch nicht, weil ich laufe, glaube ich, äh, hier gerade im Kreiz. Ich gucke mich jetzt hier nochmal besser um, ja. Ah, der Hut kann da so gut, ja. Das hört ihr aber selber schon, ja. Oh, guck mal. Oh, was ist jetzt? Ach Gott. Ja. Better look around? Okay. Ah, hier hat er das gemeint gerade. Ah, doch mit der Lupe ein bisschen auffassen lernen. Okay. Okay. Hier hat er nichts gesehen. Dann hätte ich das, ah, oben bei dem hier machen sollen. Ganz klar, ganz klar. Hier, bei diesem Typie. Ja, die Lupe habe ich total vergessen hier. Okay, ist doch nichts. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Doch, doch. Hat was, hat was. Ah, danke schön, Hutzelchen. Ist ja nicht so, als wäre es nicht gestern schon, äh, ja, gut eingeströmt. Ich gehe da nochmal zurück. Alle Hutzelchen aufs Klo, siehst du? So schnell kann man sich irren. Ja, jetzt gucke ich mir das da oben nochmal an. Ah, ist das super, ja. Super gemacht. Ja. Kann man da was machen an diesen Rädern? Nee, doch nicht. Okay. Sehr schön. Okay. Ah, warte mal. Da habe ich doch glatt so ein Crate vergessen. Ah, hat er wieder Hunger, der junge Mann. Ja, was essen wir denn jetzt? Sollen wir das, was, was Verrottenes essen? Nee. Eat it. Ah, okay. Ja, aber da kam ich, glaube ich, her. Ja, richtig. Scheiße. Ja. Das vergesse ich, glaube ich, zwischendurch, dass die Eingänge hier so aussehen. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier ist auch nichts. Gut. Geh mal hier unten hin. Oh, nee, nicht da draufschlagen. Bitte nicht, junge Mann. Hier, war ich da auch schon? Ja. Ja, ja, ganz klar. Mach die Tür nicht zu, vor dein Ars. Gibt's doch nicht. Ja, wir gehen mal nach unten. Ah, das riecht so würzig, das Bierhut. Gut, ey, dankeschön, meine ich. Ah, ja, die wissen einfach, wie man ein Bier klotzt. Aber ich glaube, oh ja, ich bin ein bisschen verblödet gerade. Das ist so der Klassiker, was den Hazard betrifft. Also mich in dem Fall. Man kommt dann einfach nicht weiter. Weiter, weiter. So, ich gucke. Ah, ja, ich hab die Tür gefunden. Es geht, oh. Oh. I'm close, I believe. Ich glaube, ich werfe die verrotteten Sachen sowieso mal raus. Ah, kann man die auch so rauswerfen. Das finde ich nett. Glaube ich. Ja, tatsächlich. Gerade aus dem Inventar klatschen. Kann man ja nichts mit anfangen, ja. Wo wir viel verrottetes fressen. Zwischendurch. So, Page A, 4 von 5. Sehr geil. Ja, ne, aber mit. Ey, in dem Fall ja. Tatsächlich mitnehmen. Ich finde das auch sehr schön mit dem Raster. Da hat man auch nicht so, wie soll ich sagen, da tut man sich auch nicht verzetteln. Da hat man so, sowas für einen Überblick, würde ich mal sagen. Oh, mal gucken hier. Bin ich eigentlich noch voller Lebenskraft, ja. Oh, der Stealth-Mode ist immer noch drin. Finde ich sehr gut. Oh. Oh mein Gott. Oh, die Kirchenkeller. Äh, ja, Keller. Ein Zahl in dem Fall. Der Keller der Kirche. Oder Keller. Nee, wirklich mehr Zahl. Superschön gemacht. Ach, guckt ihr das an? Oh, nee. Ein Orkriecher. Ich habe ja auch, oh, ja. Jetzt habe ich Waffen gewechselt. Das ist natürlich gut für ihn. Schlecht für mich. So, ja, wir gehen mal langsam drauf zu. Auf den jungen Helden hier. Er macht ja gar nichts. Ah, er hat mich, glaube ich, doch nicht gesehen. Weil ich immer noch den Stealth-Modus anhabe. Peng, jetzt weiß er es zumindest. Oh, ich bin selber ein bisschen dran verbrannt. Scheiße. So, das will ich noch. Ah, das mache ich jetzt an. Jetzt habe ich einen besseren Schaden. Druckschaden in dem Fall. Oh, can't go on. Das ist scheiße. Okay. Dann nochmal eins für dich. Oh. Ja, ist das schön gewesen. Ja, hat geklappt. Jetzt hole ich aber erstmal ein bisschen Resten hier. Oh, nochmal. Oh, 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 oh. Was ist jetzt passiert? Kann ich mich jetzt heilen zumindest? Ah, das ging nicht wegen dieser, weil ich die Aktion ausgelöst habe. Ach, krass. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Sehr nett. Sehr gut gemacht. Krass, krass. Ein superschönes Schwerthut. Oh, macht das schön Schaden. Hätte ich das doch vorher gehabt. Ist allerdings ein doppelhändiges. Okay, okay. Dann, da fängt es ja schon an. Oh, kleiner Fehler, oder? Nee, da ist das Schwert mitgeflogen. Okay. Ähm, dann müssen wir uns jetzt was überlegen. Was machen wir mit diesen alten Fesseln? Äh, körperlich, das kann man ja auch da drinnen liegen lassen. Nee, unfair. Gott. Ich will jetzt aber echt was einverlassen. Das ist ja total beknackt, würde ich mal schon mal sagen. Oh, fuck. Ich kann das gute Schild nicht wirklich mitnehmen. Äh, mama, 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 mama. Ja, dann können wir den Fessel erstmal da reinpacken. Müssen wir uns da was überlegen draus, meine Damen und Herren. Das ist ja nicht mehr schön, mit anzusehen vor allem. Teil, nee, ja, was ist das hier schon wieder? Ja. Nee, das habe ich nicht gut gebacken bekommen hier gerade. Ah, lalala. So. So. Nee. Das ist doch immer noch scheiße. Soll ich jetzt die Crackpfeife wegwerfen oder wie oder was? Nee, das wäre schade drum, muss ich sagen. Kann man eigentlich die, die kann man nicht stapeln. Okay, scheiße. Ich glaube, es ist eine Crackpfeifehut. Ja, ich bin mir da sowas von sicher. Nee, nicht Crack, aber eine Pfeife halt aus Crack. Ja, aber warum tue ich nicht irgendwas anderes wegwerfen? Ja, den Jared Buckler habe ich halt mitgenommen, ganz klar. Weißt du was, den Huntingbow, den machen wir weg. Ich nehme das alte Schwert, nehme ich lieber mal mit. Man weiß ja nie, wie einem geschieht. Irgendwann mal. Ach, guck mal, ein Repair-Kit gibt es da auch noch. Ja gut, jetzt bist du weg. Das ist schön. Was kann ich denn reparieren? Ist da schon was kaputt? Oh, ja, nee, nicht wirklich. Helm habe ich ja noch nicht. Ist der kaputt? Muss man mal gucken. Oh, nee, nicht wirklich. Okay, aber ist gut zu haben. Sag ich mal, so grob unter dem Pfirsich gescheuert. Finde ich nett, finde ich nett. So, jetzt mal zurück in den Stealth-Modus. So, open key. Ja, das war eine ur-belgische Rülps. Den kennen wir alle, hoffentlich. Und demnächst auch zu sehen als Fake-Trailer. Darf ich das schon sagen? Nee, lieber noch nicht, aber ja. Sag nur Körperklaus. Körperklaus. Körperklaus im Treppenhaus. Oh, nee. Zum Glück bin ich noch im Stealth-Modus. Und habe ein besseres Schwert. Das freut mich natürlich. Soll ich jetzt derweil auch noch hier ein bisschen... Ah, der sieht mich gar nicht. Da kann ich ja noch ein bisschen rausräubern. Ha, 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 ha. Jetzt habe ich das erste Mal Lebens... Oh, da ist ja alles drin schon am Anfang. Was habe ich denn falsch in meinem Leben gemacht, dass mir sowas Geiles zuteil wird? Ähm, die... Weißt du was? Die nerven hier, diese komischen Blätter. Ah, ich muss irgendwas rauswerfen. Das ist tatsächlich jetzt gruselig, aber wahr. Hm, hm. Weißt du was? Ich tue noch ein bisschen eine Crack-Five-Lutschen. Ich benutze die jetzt mal, obwohl ich sie nicht brauche. Mal gucken, ob ich abhängig werde oder irgendwas. Oh, nee! Das war ja eigentlich... Er hat mich ein bisschen mild vergiftet, das Scheißding. Ja, raus mit. Ha, 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 ha. Dafür nehme ich jetzt die Lebenspackung mit. Ist ja lecker Geschicht. So. Ja, Platz wird jetzt schon eng. Gebe ich euch mal mit auf The Way. Ja, jetzt hat er mich entdeckt. Die Ratte. Ha, ha, ha. Vampir mag nicht so Feuer, glaube ich. Bang! Ja, komm du nur her. Die Eltern riechen so kräftig. Ich würde eigentlich nicht so viel Mana verballern, aber Vampir steht, glaube ich, nicht so auf Feuer. Das macht ihn heiß, in dem Fall. Oh! Er schlägt mir mitten ins Gesicht. Oh, nee! To battle? Ach Gott! Okay, der ist gar nicht mal so schlecht drauf. Rauf. Oh. Oh! Warte, zweite Vampir am Start. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mal mehr resten, richtig? Ja, weil er mich gesehen hat. Und ich komme auch nicht mehr in den Ding-Modus rein. Oh! Heute... Ja, heute, warte mal. Stopp. Wann schmeckt es eigentlich nicht? Ha, 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 ha. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt... Da muss ich jetzt was nehmen. Tut mir leid. Use. Mal gucken, wie viele Schritte er da näher kommt. Health Potions. Das Beste. Aber ich will sie nicht, wie soll ich sagen, übersteuert nehmen. Nichts... Nee, nee, nur ein bisschen. Aber es hat mir jetzt sehr geholfen, muss ich sagen. Wobei, jetzt wird es schwierig. Ich hätte eher eine Mana Potion gebraucht. Ich glaube, der macht mich kaputt, junge Frau. Mal gucken. Oh, ja. Ich versuche ihn jetzt wirklich so kaputt zu bekommen. Mit klassischem Angriff. Oh, der ist gar nicht mehr so schlecht drauf. Ah, ha, ha! Aber das Schwert ist noch besser drauf. Das neue Schwert ist ein Klassiker an sich. So, was hat er da Schönes? Eine Identifikationsrolle? Nehme ich natürlich glatt mit. Was war das da oben nochmal? Ähm, der Vampir hat üble Scheiße an mir durchgeführt. Wart mal. Aha. Ach, guck dir das an. Mark of the Feast. Magisch. Der hat mich mit irgendwas verbullheimert. Ich bin auch mild vergiftet. Oh, nee. Weißt du was? Ich muss tatsächlich die Crackpfeife zu mir nehmen, oder? Nee. Ein bisschen was gegen die Schmerzen. Nee, nicht Schmerzen gegen die Vergiftung. Pass mal auf. Ich sauf jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Er will ja auch mal was trinken, der Jungmann. Oh, das hält aber lange an. Okay. Das bringt ja nichts hier. Okay. Dann probiere ich die Pfeife doch nochmal. Mal gucken. Vielleicht geht es ja weg. Ah! Es geht nicht wirklich weg. Jetzt bin ich übel vergiftet. Das ist eine schwerwiegende Vergiftung, die ich mir gerade zugezogen habe. Oh, nee. Unfair. Ja, da kann man sich ja nur heilen, indem man restet, meine Damen und Herren. Hands are shaking. Ja, das glaube ich dir. Aua, aua, aua! Jetzt bin ich in einem Koma. Kann ich auch nicht mehr bewegen? Was habe ich? Du musst jetzt das Ding verspringen. Ich darf mich gar nicht bewegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen kann. Warte mal. Das ist Nia. Oh, nee. Das ist, weil ich tödlich vergiftet bin. Wie kann ich mich jetzt davon heilen? Oh, nee. Das sieht ganz beschissen aus mit mir. Ich komme auch nicht mehr ins Inventar rein. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich versuche, mich zu heilen. Aber das macht das Ganze wirklich nur schlimmer. Jetzt, ihr müsst mir helfen. I need water. Ja, ich versuche das doch gerade aufzufrischen in dem Fall. Ich komme nicht mehr aufs Inventory. Da habe ich mich aber total vertippelt hier. Karl, mal richtig böse gemacht hier. Selbstmode bringt wahrscheinlich auch nichts. Klar. Oh, bitte, bitte, bitte. Bin ich denn immer noch so kräftig vergiftet? Ja, wirklich vergiftet. Oh, nee. Der klassische Hookfail. Er ist wieder eingedreht, meine Damen und Herren. Oh, nee. Ich bin fast tot. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Er hat, glaube ich... Oh, er kotzt auch schon. Ich habe es gerade gesehen. Ja. Ich bin dem Tod nah. Ich weiß nicht, wie ich mich retten kann. Ich komme nicht mehr ins Inventory. Ich bin tot. Ist das nicht krass? Okay, meine Damen und Herren, ihr habt es gesehen. Ich habe den Schluss dann doch irgendwie versaut. Aber wenn das nicht ein sehr geiles Spiel ist, bei dem man wirklich auf alles achten muss, dann was sonst? Was sonst? Also, es ist ein sehr klassischer Rollenspiel-Spaß mit einer sehr knuffigen Grafik. Und ich sage euch eins. Und das muss man feiern. Guckt auch mal gern bei denen vorbei auf... Oh! Auf Kickstarter. Ah ja. Okay. Da waren wir vorhin schon. Es gab sowas wie ein Quicksave. Zum Glück. Sehr geil. Finde ich sehr gut. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, schaut mal unbedingt rein in das Spiel. Oder, ähm, ja, guckt mal unbedingt wieder bei uns rein. Wir spielen demnächst auch wieder, ähm, ja, Klassisches. So wie das hier. Aber auch Rhythm Royale und alles, was dazu gehört. Paladins, oh, der ganze neue Käse kommt auch noch dazu. Wir freuen uns drauf, wenn ihr mit dabei seid. Weil das wird eine krasse Geschichte, ja. Das war ein Offline von mir mit ein bisschen... Wie heißt das Spiel nochmal? Ich habe es vergessen. Hut, ich muss das nachlesen. Stone, äh, Stone, äh, Hard, ähm... Keine Ahnung, warte mal. Haben wir gleich. Ich gehe zurück. Ja, ist noch in der Alpha, äh, Status, äh, Starge, in dem Fall. Und ich zeige euch mal kurz den Anfang. Es fängt ja auch schon so wirklich genial an. Und... Ah, Stone Shard. Richtig, richtig, richtig. Von russischen Entwicklern, soweit ich das mitbekommen habe. Man bemerkt es dann hier bei den Settings. Und ich kann euch nur sagen, was man da richtig und auch falsch machen kann mit dem Inventar und auch mit diesen ganzen Gegenständen, ist ja der Hammer. Und es macht ordentlich Spaß. Ja, bleibt dabei. Zieht euch jetzt schon ein Prolog rein hier auf Steam. Gibt's for free. Ist das nicht ein Wort? Und alle, die uns noch nicht kennen. Ja, ihr könnt uns sehr gerne abonnieren und auch mal was, äh, donaten. Also für unsere, äh, ja, Crew. Unsere, äh, schon längeren, äh. Ja, können auch, wenn sie wollen. Kein Stress, deswegen. Wir brauchen nur Bier. Hahaha. Ja, nee, war schön. Äh, vor allem das Spiel. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn's live wieder abgeht bei uns hier. Wahrscheinlich mit Realm Royale. Dankeschön fürs Zuschauen. Und jetzt geh ich mal erstmal aus Spiel raus. Und direkt aus diesem leckeren Offline-Stream, kann man so sagen. Tschüsschen. 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 Tschüsschen.